Wie hat Ihnen die Probefahrt gefallen? Der Wagen fährt sich sehr gut, ganz toll. Auch die Ledersitzgarnitur und wie intuitiv sich das MMI bedienen lässt. Ein super Auto, der A6-Aware. Was empfehlen Sie mir noch? Morgen schon? Dann lassen Sie euch gleich einen Termin ausmachen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie wissen schon, dass Sie mich haben warten lassen. Trotz Termin. Ich werde mich darum kümmern, dass wir künftig eine verlässliche Lösung für Ihre Terminsituation haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.